Herzlich willkommen zu diesem Analyzer Pro Tutorial. In diesem Tutorial beschäftigen wir uns mit Fahrzeugdaten. Sie können die Fahrzeugdaten öffnen über das Symbol mit dem roten Auto. Es öffnet sich hier gleich die Maske für den jeweiligen Unfallbeteiligten. Im linken Bereich können Sie zunächst Namen, Hersteller etc. angeben und den Fahrzeugtyp auswählen. Die verschiedenen Fahrzeugtypen sehen Sie im Dropdown-Menü. Je nachdem welchen Sie auswählen, werden automatisch Standardwerte für die verschiedenen Fahrzeugtypen geladen und natürlich die 2D- und 3D-Darstellung entsprechend angepasst. Im mittleren Bereich können Sie die geometrischen Fahrzeugdaten manuell eingeben. Analyzer Pro hat eine umfangreiche Fahrzeugdatenbank hinterlegt, die Sie durch einen Klick auf Datenbank öffnen können. Als erstes müssen Sie aus der oberen Liste einen Hersteller auswählen. Sie können aber beispielsweise mit einem V schnell zu allen Fahrzeugherstellern, die mit V beginnen, springen etc. Sobald Sie einen Hersteller ausgewählt haben, sehen Sie alle Fahrzeuge, die für diesen Hersteller eingetragen sind. Sie können nun die Liste durchscrollen und Ihr Fahrzeug suchen. Alternativ dazu gibt es im unteren Bereich eine Suchleiste, wo Sie nach den verschiedenen Parametern suchen können. Ich gebe hier beispielsweise A4 ein, um einen Audi A4 zu suchen. Hiervon gibt es natürlich wieder verschiedene Varianten. Ich könnte jetzt durch die weiteren Suchparameter die Suche noch eingrenzen. In meinem Fall wähle ich jetzt einfach einen Audi A4 aus. Durch Laden bestätige ich meine Auswahl und es werden nun die verschiedenen geometrischen Parameter geladen und der Hersteller und die Bezeichnung eingetragen. Wichtig ist anzumerken, dass in der Fahrzeugdatenbank keine fahrdynamikrelevanten Daten drin sind. Das bedeutet, Sie haben hier nur geometrische Daten, die natürlich für die Kinematik komplett ausreichend sind. Sollten Sie eine fahrdynamische Berechnung benötigen, müssen Sie die Daten separat eintragen. Fahrzeuge werden standardmäßig nur mit einer Silhouette dargestellt. Es gibt allerdings die Möglichkeit, ein DXF zu laden. Im Analyzer ist eine DXF-Datenbank enthalten. Eine umfangreichere DXF-Datenbank erhalten Sie von Drittanbietern. Wenn Sie nun auf 2D-Modell laden gehen, dann öffnet sich der Filebrowser und Sie können zu Ihrer DXF-Datenbank gehen. Diese befindet sich zum Beispiel unter Ihrem Installationsordner, also C-RECON-Analyzer Pro 18. Unter 2D-DXF können Sie hier nun zum Beispiel die PKWs auswählen und danach ein DXF suchen, beispielsweise hier einen Audi. Da ich vorher einen Audi A4 aus der Fahrzeugdatenbank ausgewählt habe, nehme ich nun einen Audi A4 auch hier als DXF. Sie sehen, es wird eine Vorschau im unteren Bildschirmbereich angegeben. Die rote Linie entspricht Ihren geometrischen Daten. Jetzt kann es sein, dass die rote Umrisslinie und das Fahrzeug DXF nicht exakt übereinstimmen. Dies kann einerseits daran liegen, dass zum Beispiel das DXF falsch skaliert wurde, aber auch daran, dass zum Beispiel die geometrischen Daten zu klein gewählt wurden. Um jetzt das DXF entsprechend anzupassen, klicken Sie auf den Knopf DXF-Skalierung. Dann wird das DXF auf die geometrischen Werte, die Sie vorher angegeben haben, angepasst. Als zweites sollten Sie Konturanpassung klicken. Dann wird die Außenlinie des Fahrzeugs entsprechend dem DXF angepasst. Dies ist vor allem für die Kollisionsanalyse wichtig, da diese rote Linie auch die Außengrenze des Fahrzeuges darstellt. Sollten Sie den geometrischen Daten weniger vertrauen als dem DXF, dann können Sie auch zuerst Konturanpassung klicken. Dadurch werden die geometrischen Daten in der Hauptdatenmaske dem DXF entsprechend angepasst und nicht umgekehrt. Weiters können Sie für Ihr Fahrzeug ein 3D-Modell laden. Sie finden in Ihrem Analyzer-Ordner auch einen Folder mit 3D-Modellen, wo Sie dann ein entsprechendes Modell auswählen und laden können. Wie bereits vorher erwähnt, müssen Fahrdynamikdaten gegebenenfalls immer extra angegeben werden. Dieses können Sie unter dem Knopf Fahrdynamikdaten tun. Hier können Sie Federsteifigkeiten, Struktursteifigkeiten etc. also alle fahrzeugspezifischen Parameter, die für die Genetik notwendig sind, angeben. Sollte Ihr Fahrzeug einen Anhänger haben, können Sie hier ein Häkchen beim jeweiligen Anhängertyp setzen und über den Pfeil nach rechts den Anhänger entsprechend definieren. Haben Sie dann Ihr erstes Fahrzeug fertig definiert, können Sie unten rechts zum nächsten Fahrzeug wechseln, entweder mit diesen Pfeilen nach links und rechts oder auch über die Direktauswahl im Dropdown-Menü. Wichtig ist zu erwähnen, dass im Analyzer Fahrzeuge nur dargestellt werden, sobald Sie Weg-Zeit-Daten haben. Die Erklärung dafür finden Sie im nächsten Video. Neuab Version 19 in Analyzer Pro ist eine Komplettsynchronisation mit der Datenbank von Autofiew. Über den Knopf DXF-Pfad können Sie Ihren Pfad zur Autofiew-Datenbank angeben. Sehen Sie nun in die Fahrzeuge, so sind Fahrzeuge, zu denen ein DXF in der Autofiew-Datenbank gefunden wurde, grün hinterlegt. Klicken Sie nun auf ein Fahrzeug, wird auch das zusätzlich hinterlegte Bitmap angezeigt. Durch Laden werden jetzt nicht nur die geometrischen Daten übertragen, sondern es wird automatisch das entsprechende DXF mitgeladen. Sie sparen sich hierdurch also einen Arbeitsschritt. Durch Rahmen